Ihr habt gebraucht, Insohnien zu sein. Ihr habt gebraucht, sich am Arbeitsplatz zu sein. Ich habe die Lösung zu Ihren Problemen. Cousin Mikasa. Bye, Debs! Mit Hotelplan. Super, die Ferien sind hier. Ihr habt gebraucht, warum wir sie kaufen? Jetzt zeige ich euch warum. Das ist die Super-Scarpe für die Schweiz, wie wenn wir in der Lande leben, um zu spüren, zu spüren, zu töten, zu töten, zu töten. Das ist sehr emotional. Ihr habt gebraucht, wenn ihr geht, kann man überall gehen. Heute ein spezielles Angebot bei Denner. Die ist super Flütz. Super gesalzen. Nur 2.50 Franken statt 97.80 Franken. Wir haben hier ein super Angebot. Wirklich, das ist die Gourmet-Küche vom Feinsten. Probieren Sie es. Kaufen Sie es. Nur bei Denner. Denner ist das Beste. Besser wie Coop, Lidl, alles andere. Wirklich, ich kann es Ihnen nur weiter empfehlen. Es gibt 9 Bestes auf der Welt, wie Denner Flütz. Bonjour. Ich möchte euch das Produkt präsentieren. Das ist ein neues Spiel in 2014. Das ist Mario Kart 8. Mario Kart 8 ist ein Spiel für Mario Karting. Mario Kart 8 ist ein Spiel für Mario Karting. Wir kennen ihn alle. Wir haben ihn alle gespielt, aber jetzt gibt es eine neue Version für Karting. Das ist ein Spiel, wo man viele Sachen machen kann. Man kann in der Familie spielen spielen, in 4 oder in 2. Man kann auch in den Multi-Jäuern spielen spielen. Also, für euch sieht das vielleicht aus wie ein normaler Fein, oder? Für mich würde es auch aussehen wie ein normaler Fein. Doch in Wahrheit ist das ein Zauberstift. Mit nassen Haaren werden ganz schnell trockene Haare. Wenn ihr nassen Haare habt, das Gefühl kennt ihr, so wie ich bei meinen langen Haaren, müsst ihr dann reinstecken, könnt, statt dass ihr einen Zauberbruch merken müsst, einfach hier umschalten, kommt die Luft raus. Kalt oder warm könnt ihr bestimmen. Und dann habt ihr schon wieder trockene Haare. Wenn sie ihrer Freundin sagen, wie sehr sie sie lieben, dann kaufen sie diese Fäden, um eine Freundschaftsbänderin zu machen. Anstatt 6.30 Franken, nur noch 2.20 Franken. Es ist ganz einfach. Einfach knüpfen, Perlen rein tun und zu machen. Und dann können sie sie ihrer Freundin zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu allem. Und kaufen sie jetzt diese Bändchen, in allen Farben, für nur 2.30 Franken. Guten Tag. Kennen sie es auch, brännende Augen nach dem Wasser zu haben? Im Salzwasser mit brännenden Augen. Kommen sie in Sportix und kaufen sie die neue Hightech Super Schwimmbrille. Nur für 99 Franken. Sie ist sehr geäbig, sie ist aus Kunststoff und super flexibel für die neuen Tauchgänge im Meer. Sie sehen durch die Brille super alles. neue Fische und neue Kreaturen. Warum kaufen Sie das Fon von Migros? Weil Sie die Haare schlafen in einem tollen Weg und die Haare schlafen Sie Sie bleiben immer selten. Sie bleiben immer selten. von anderen Produkten von anderen. Nur Migros. Heute stelle ich euch unsere super neue multifunktionalen Wanderschuhe vor. Sie sind sehr praktisch und auch für jedes Wetter. Für uns sind sie gut. Hier sieht man das gute Profil. Und hier sieht man, daran hinten kann man zu einem Draht herausfinden, für was diese geeignet sind. Hier ist auch ein kleiner Tipp, dass diese bauerförmigen Strand sind. und dann ist das auch noch der Web-Wert gleichzeitig. Und wenn man herausfindet, was für was ist, dann kann man tolle Preise gewinnen. Ich möchte, dass ihr Hunger habt. Also ich habe nämlich Hunger. Und wenn ich Hunger habe, esse ich Flutherz. Es ist mega fein, salzig. Und wenn man zwischendurch Hunger hat, nimmst du einfach eins und dann essst du es.